Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Freitag, dem 4. August. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 10 Technikthemen für mich vorbereitet. Das geht um Projekt 47, um Leica, um Fitbit, um Tesla, um Daimler, um Ikea, um Facebook Stories, um LastPass, um Xiaomi und um die Apple Watch. Wir beginnen bei Project 47. Das ist ein neues Projekt von AMD im Endeffekt. Mit einem Fertigungspartner gemeinsam hat man quasi einen mehr oder minder käuflich erwerbbaren Supercomputer vorgestellt. Der kommt auf einen Petaflop-Rechenleistung bei Single Precision, beziehungsweise zwei Petaflop bei Halbprecision, klar. Im Endeffekt, ja, ein extrem effizienter Computer. Es kommen 20 AMD EPYC-Prozessoren zum Einsatz, 80 Raedon-Karten. Ja, ganz beeindruckendes Ding. Das Lustige ist, der wird auch tatsächlich verkauft. Er ist auch dafür angepriesen, dass er extrem effizient sein soll, was jetzt quasi Leistung privat betrifft. Ja, Distributor AMAX wird ihn quasi da in den Verkauf bringen. Was das Ding kosten wird, weiß man noch nicht. Es ist davon auszugehen, dass er äußerst teuer sein wird. Stichwort Verkauf. Wir kommen zu Leica und dort wird jetzt der US-Investor Blackstone offensichtlich aussteigen. Der hat vor fünf Jahren 45 Prozent der Firma gekauft, damals von Andrea Kaufmann, der war der Mehrheitseigentümer. Ja, an wen die Verkäufe jetzt quasi gehen werden, beziehungsweise die Aktien gehen werden, bleibt fraglich. Leica selbst ist aktuell mit 700 Millionen Euro bewertet. Wir kommen zu Fitbit und wir haben Quartalszahlen bekannt gegeben, die nicht wirklich gut ausschauen. Im letzten Quartal haben sie 353 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 546 Millionen. Man hat allerdings bekannt gegeben, die erste eigene echte Smartwatch, vor allem nach dem Kauf von Pebble Warton, auf die ja schon sehr viele, wird dieses Jahr quasi zur Holiday Season, also zum Weihnachtsgeschäft, rechtzeitig fertig werden. Wir kommen zu Tesla und die haben ja vor kurzem das Model 3 quasi tatsächlich gelauncht und die ersten wenigen Autos auf die Straße gebracht tatsächlich. Und da gibt es relativ interessante Zahlen, was die Vorbestellungen betrifft. Und 1800 Model 3 werden jeden Tag vorbestellt. SFQ Deutsch, Tesla wird sehr, sehr, sehr lange brauchen im Endeffekt, um den Modellen nachkommen zu können. Das wissen wir unbedingt schon. Im November soll die Serienauslieferung für das günstigste Modell starten. Alle außerhalb der USA werden bis spät 2018 quasi warten müssen für das Links-Sitzer-Modell. Gab es 2019 für das Modell, wo denn der Fahrer rechts sitzt, was für uns in Deutschland und Österreich und der Schweiz Gott sei Dank nicht so erheblich ist. Wir kommen zu Daimler und Daimler ist auf Einkaufstour. Die haben das Startup Familionet gegründet. Im Endeffekt, die betreiben eine App, mit der man seinen Standort innerhalb der Familie teilen kann. Familionet wird in Zukunft in das Movel-Team integriert. Das gehört auch zu Daimler. Die Entwickler sitzen dann in Hamburg. Die App soll aber weiter betrieben werden. Daimler kauft das ganze Ding angeblich aufgrund der Ortungstechnik. Wir kommen zu WeCare und die legen jetzt eine eigene Visa-Karte auf mehr oder minder oder eine Kreditkarte zumindest gemeinsam mit der Ikono Bank zusammen. Die soll 17,99 im Jahr kosten. Gute Nachricht für all jene, die Teilzahlung bei WeCare nutzen, ist die Karte gratis. Wir kommen zu Facebook und die wollen die Stories jetzt noch ein Stückchen weiter pushen. Das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Die Stories werden gerade aktuell in der normalen Web-App bzw. am Desktop getestet. Wird dem ganzen Feature wahrscheinlich nochmal einen großen Schub nach vorne bringen. Wir kommen zu LastPass und die setzen ja schon sehr, sehr lange auf ein Abo-Modell. Das kostete früher 12 Dollar im Jahr bzw. 24 Dollar für Familien. Jetzt wird der Preis im Endeffekt verdoppelt. Das heißt, wir kommen auf 24 Dollar für das Premium-Abo. Das Familien-Abo, sorry, das ist neu, aber das kostet 48 Dollar pro Monat als pro Jahr. Und ja, viele Nutzer reagieren eher ungehalten, wie immer, wenn solche Abos verteuert werden. Für mich persönlich ist es auch der Ausstieg aus LastPass. Ich bin da unendlich schon ein bisschen skeptisch die ganze Zeit. Ich wechsle jetzt Richtung EndPass, habe den Umzug heute schon durchgezogen sogar. Ja, bleibt abzuwarten, wie sich das durchschlagen wird im Endeffekt. Es gibt genug andere Konkurrenz und OnePassword, die für ihr Abo-Modell auch sehr stark kritisiert wurden, sind dann ja jetzt nicht mehr so viel teurer, vor allem beim Familienplan nicht. Wir kommen zu Xiaomi und die haben eine Überwachungskamera vorgestellt. Die ist 360 Grad drehbar, filmt mit 1080p. Ja, eigentlich recht beeindruckende Daten. Das beeindruckende zu einem Ganzen ist aber vor allem der Preis. Das Ganze soll für 20 Euro über den Ladentisch gehen. Ab 12. September ist sie erhältlich. Wir bleiben mehr oder minder bei Xiaomi, gehen aber zu Apple. Wie das jetzt? Ja, die Apple Watch ist nicht mehr auf Platz 1 zu Wearables. Den Platz hat nämlich jetzt Xiaomi übernommen, die verkaufen die meisten Wearables. Die Zahl an sich ist natürlich so ein bisschen kritisch. Eine Apple Watch beginnt irgendwie bei 350, 400 Dollar. Die Xiaomi-Armbänder beginnen irgendwie so bei 18, 19 Dollar. Von daher klar, rein Stückzahlentechnisch da, bei dem Preisdifferenzen Apple zu übertreffen, ist natürlich jetzt nicht unbedingt die allergrößte Leistung. Trotz allem zeigt es natürlich, der Konzern ist deutlich auf dem Vormarsch und wird vor allem immer bekannter bei den Kunden. Vielleicht ist so ein Gerät ja auch einfach nur eine Einstiegsdroge. Wer weiß. Ja, Einstiegsdroge wird dieser Geeksdruck keiner mehr werden, weil die Woche ist vorbei, mein letzter Tag damit auch. Ja, ich gehe in meine Sommerpause mehr oder minder. Wir werden uns die nächsten 14 Tage wahrscheinlich nicht hören oder nur sehr spontan. Das betrifft jetzt den großen Geek Talk. In der Geek Talk Daily machen wir natürlich nächste Woche ganz normal, wie gehabt, weiter. Ich wünsche euch einen schönen weiteren Sommer quasi, bis wir uns wieder hören und euch ein schönes Wochenende auf jeden Fall, ehe ihr Montag hoffentlich wieder beim Geek Talk Daily dabei seid. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.